dann machen wir hier mal grand prix den charles super bei silva marcus hat auch einen neuen charakter genommen ja das ist es so viel rennen ein ja genau das wäre mal so als idee hier 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 nichts kann mich auf selbst wenn man schon gar nicht mehr so schlecht hier säcke alter da kam einer von der seite und hat mich in die falsche richtung gehauen ich bin letzter jetzt warum warum war mir das bei der streckenforschung schon klar dass ich an der holzbrücke runterfallen werde ja und mich mitnehmen sagt auch gut diese scheiß bombe nein 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 das war sehr die drecksbrücke das klappt gar mal ne Durne vorbei die KIs nehmen mir die ganze Zeit die ganzen Boxen immer weg die KIs nehmen mir die KIs nehmen die KIs nehmen mir die KIs nehmen trotzdem gewonnen das wurde ich am Anfang direkt in der ersten Runde das Ding da reingeballert weg von der Strecke geballert wurde die KIs nehmen mir die KIs nehmen mir die KIs nehmen doch und nicht schon mal guter start hier mit 36 punkten im ersten rennen mit 36 punkten da fängt der konkreten oder sie dort schon wieder fies aus sich jederzeit bereit warum starten wir immer ganz hinten was da eigentlich die morgen uns das stimmt nicht baby war die einzig die feucht werden kann bist du also ja super die sägen wie der beise kalt das ding wegnimmt weil dann die passagen grad verschlimmer als rainbow road was war das gerade warum ist denn auch so schnell ja 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 Boah! ok nein ja ich hab's gesehen ich bin direkt neben dir bei mir jetzt auf ich habe die musiknoten am hals hatte ich gerade auch ich hasse diesen teil der strecke kann auch da kommt jetzt was mit stern oder was auch immer vorbei es ist der super turbo die haben die kloppe 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 dann ist das der super turbo ok dann weiß ich glaube ich erwischt was Oh, die scheiß KI, Alter. Vorsicht, hat wieder einmal Steinhänden gebaut. Ja, alles gut, ich habe es gesehen, ich bin hinter dir. Ich nutze eigentlich gerade jetzt meine Spur, um ein bisschen aufzuladen. Vielleicht kriege ich das noch. Aber ich glaube nicht. Ich war vorbei, ich war vorbei. Okay, das war ein netter Versuch, absolut zu früh gefreut. Verdammt. So geil. Ach, Mann. Ich meine, das ist egal, weil wir arbeiten hier für dich. Schönes finde ich, schönes finde ich. Na, egal. Wie gesagt, für das Team ist es wohl, weil wir kriegen ja trotzdem die Punkte, da habe ich jetzt erst mal wieder du, aber es wäre trotzdem für das Gefühl. Ich glaube, ich habe so das Driften und einen Stunt-Bonus bekommen oder so. Mann, ich wollte schön, dass ich vorhin nehme und dann nochmal ein Turbo zünden habe. Du hast ja ohne den Turm, habe ich das Ding geholt. Oh, guck mal der Abstand. 3, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 1. Ja, wir kriegen jetzt kommt ja auch nochmal so 35 Punkte hinterher oder so. Jetzt haben wir schon mal guten Abstand. Oh, zwei Silvers drin. Platz 11 ist nämlich noch einer. Und so steht uns. Transfer. Sehr gut. Rente Nummer 3. Rente Nummer 3. Rente Nummer 3. Heu. weil es eigentlich rennstoffform 11 16 uhr keine ahnung 14 30 die vorberichte los deswegen aber ich habe das 16 uhr war ja wieder nur drei vier rennen im free team übertragen werden keine ahnung na gut ich habe das geil das ist sehr egal so dann brauchen wir das ding mal die kämpfer doch die strecke oder haben wir schon gefahren oder so ähnlich die sind noch nicht gefahren nein also ich nicht ich fahre eine extra runde hier im kreis das war auch jetzt wie es aber dann raus musste der kreisverkehr da vor allem trifft du siehst du das nicht gleich ja 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 Ich verstehe nicht, wenn ich hier sehe. Oh. 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 Jetzt nicht vergessen, ne? Hier raus, hier raus! Ich will die Knie wieder, weil eine Luftflug flogen ja auch dazu! Oh, Alter, oah! Boah, ich hab voll so fetten Stachgelbensgesicht! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich bin gerade nicht mehr interessiert von... Cap, wir fahren in einem Team! Nochmal! Hä? Ich bin doch mal auf meine Linie gefahren! Schick dir mal die ganzen Raketen, damit du die Leute abschießen kannst! Merke ich gerade! Oh, Alter, immer diese Steine, ey! Das sind schon wieder welche! Ich bin gerade hier! Ich bin gerade hier! so wieder gute punkte ich habe die ganze zeit die die dinger geschickt damit sich natürlich bin ich der wichtigste im team diese sprüche dazu weil es auch so zu baby passt nur die städte es ist voll ihr stil ich denke wir damit haben wir es eigentlich auch ziemlich gut gemacht und gut gewonnen wir sind jetzt immer in jedem rennen 1 und 2 haben auf jeden fall schon gehabt ja was macht laune muss ich sagen 108 punkte 50 punkte vor dem zweiten letztendlich ist es jetzt egal glaube ich wieviel da wir werden dass wenn du die drei letzten plätze belegt müsstest du eigentlich so punkte kriegen dass du noch definitiv erster weil ich glaube selbst die ersten drei plätze werden maximal 20 bis 30 punkte also weiß ich nicht wie die wertung sind ob die jetzt 15 12 und 10 oder so mal geben ich habe keinen haben sich genau darauf gehabt aber ich habe sowas in den drehraum ja aber mehr als 50 geht gar nicht mehr ja aber wir haben tatsächlich die wir haben jetzt im rennen also zwei gemacht eben weil ich fünfter dann vierter 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 dritter ja auch immer so ich habe das relativ gut gelöst jetzt im team wenn jetzt nicht ist es egal wird man wir als erster zweiter was auch immer wird nicht haben es heißt auch ja wir sind das arbeiten weil das stimmt auch wieder ja ich krieg momentan keine items ok ich habe keine gekriegt davon man sieht Ah ne, scheiße, da lang. Ich muss so Noten aus meinem Gesicht nehmen. Ich muss so Noten aus meinem Gesicht nehmen. Ich muss so Noten aus meinem Gesicht nehmen. Oh nein, Mann! Ich muss so Noten aus meinem Gesicht nehmen. 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 hatte doch noch mal aufgeholt damit sollte eigentlich wenn ich zwar wieder 50.000 mal gerendet und gedreht worden 166 ringe ich habe einen guten vorsprung rausgefahren mit 7 sekunden naja das sollte ziemlich überlegen 15 12 von 10 guter job team guter job team er hat mich nicht enttäuscht so Untertitelung des ZDF, 2020